Hallo meine lieben Sputerfreunde da draußen und herzlich willkommen zurück bei Far Cry New Dawn. Wir sind jetzt in Hope County angekommen und legen jetzt mal die Füße hoch, ne? Ne, natürlich nicht. Wir sollen rausgehen und ein bisschen Rambazamba machen bei den Highwaymen. Aber ich schaue mich jetzt erstmal hier mal in der schicken Bude um. Eine Tür. Wahnsinn. Gucken wir mal, wer hier alles so ist. Da ist ein kleiner junger Mann. Ja, hi! Kamina sagt, irgendwann können wir auch mal rausgehen. Dass wir draußen fangen, spielen und angeln gehen und schwimmen können, wenn die Highwaymen irgendwann weg sind. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja, dafür müssen die Highwaymen erstmal von mir höflich gebeten werden, diese Gegend zu verlassen. Das wird aber noch ein bisschen dauern, lieber junger Mann. Übrigens, ich fand es total geil, wie gerade eben die Animation aufgestanden ist. Ohne Witz, Kinder stehen so auf. Das sah richtig gut aus. Was ist denn das hier? Überlebende von Hope County. Viele von uns hier waren Prepper. Deshalb haben wir es trotz des Tova-Boos mit Edens Gate geschafft, den nuklearen Winter zu überstehen. In den letzten Jahren sind einige neue Leute nach Hope County gekommen. Ein paar wurden von der Kälte aus dem Norden vertrieben. Andere flohen vor der Dürre und Krankheit aus dem Osten. Zunächst blieben alle für sich. Aber nach und nach ist wieder eine Art Gemeinschaftssinn entstanden. Und nachdem wir einander wieder vertrauen konnten, haben wir mehr und mehr erreicht. Bis die Highwaymen aufgekreuzt sind, ging die größte Gefahr von wilden Tieren aus. Zum Beispiel von Riesenfuchswolfen. Und jetzt besteht die Gefahr, dass wir alles verlieren, wofür wir so hart gearbeitet haben. Okay, und wer bist du? Dieser Planet war dabei, sich zu erholen. Wir waren dabei, uns zu erholen. Und dann rollen diese verkackten Invasoren hier an. Denen ist alle scheißegal. Das haben Banditen so an sich. Das sind in der Regel jetzt nicht unbedingt so die Typen, die am weitesten denken. Und schon gar nicht an andere. Mit der kann ich gar nicht reden, gerade eben. Wir haben gesehen, wie dieser Zug an den Felsen zerschellt ist. Und mit ihm alle Hoffnung. Da ist es schwer, nicht den Mut zu verlieren. Naja. So ein Thema, dass hier irgendwie tapfere Leute werden. Achso, ne, die tapferen Leute muss ich erst noch finden. Die sind ja gar nicht hier. He, he, he. Und bei ihr klippt hier die Pistole aus der Jacke. Was ist denn das hier für eine schöne Bude? Voll cool. Also gut, egal. Wir müssen jetzt mit der guten Carmina reden. Jaja, ich bin doch denn da. Ja. Was ist das? Zuhause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir zu förmlich. Du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Happy sagst du? Wenn du ein Oberes anziehen willst, bevor wir loslegen. Da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Marm reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Gut. Ähm, jetzt darf ich mit ihrer Marm reden. Ja, das läuft ja wohl alles nach Rang und Namen und so. Da oben hat's Zeug. Und was bauen wir? Entschuldigung. Das tut mir sehr leid. Ich bin immer noch nicht ganz gesundet. So. Die Highwaymen. Eine Bande von Banditen mit verschiedenen Gruppen im ganzen Land. Sie sind boshaft und bis an die Zähne bewaffnet. Ihre Musik dröhnt meilenweit. Ja, dann weiß man ja immerhin, wo sie sind, ne? Die Gruppe in Cope County wird von zwei Zwillingsschwestern angeführt. Mickey und Lou. Mit Mickeys Gerissenheit und Lous Brutalität haben sie alle hier in kürzester Zeit überwältigt. Sie haben New Eden gezwungen, sie auf ihr Anwesen zurückzuziehen. Und wenn uns nicht bald etwas einfällt, werden sie uns alle töten. Okay. Wir gelten wohl als Problemmacher für sie. Was ist denn das hier? John Seeds irgendwas. Jede Menge. Tausend Worte. Schwierigkeitsgrad. Gedönst. Ich weiß nicht, was das gerade eben war. Ich hab gerade Fotos bekommen. Hope County Fotos. Warte mal, die kann ich irgendwie in meinem Inventar angucken. Wo ist mein Inventar? Muss ich mal gucken. Ich will das gerade eben mal gucken. Expeditionen, Nebenmissionen. Ne, das sind nur die Missionen. Das Logbuch. Da komm ich übrigens auch mit Tab rein. Ich hoffe, dass Nick, Carmina und ich eines Tages wieder als Familie in den Kaffee sind. Ah, finde alle fotografierten Orte in Hope County. Ach so. Das ist so eine Art Reisequest im Grunde, die ich jetzt hier dadurch habe. Kann ich das irgendwie... Hier, tausend Worte. Schwierigkeitsgrad 2. Du hast eine Kiste von Tracy Laders alten Fotos von Hope County gefunden. Finde heraus, wo sie aufgenommen wurden. Du kannst dir die Fotos im Inventar ansehen. Ja, wie komme ich denn ins Inventar? Ich versuche gerade, das immer noch rauszukriegen, weil das hier ist ja eigentlich mein Inventar. Inventar ist voll. Ich versuche gerade immer noch rauszukriegen, wie ich in dieses Inventar komme. Y, X, C ist der Crouchen, V, B, N, M. Da komme ich auch rein. Das ist ja faszinierend. Über M komme ich da auch rein. L, wo ich jetzt das Logbuch vermutet hätte. J. Über J komme ich auch hier rein. Da komme ich auch wieder raus. Das ist cool. Vielleicht habe ich das Inventar noch nicht freigeschaltet. Das kann natürlich auch sein. Was ist das hier? Da kann ich anscheinend wahrscheinlich auch noch Quests annehmen. Aber erst muss ich mit ihr geredet haben. Ich kann nur von dieser Seite aus mit ihr reden. Avatar-Anpassung. Ah. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zum Charakter-Anpassung kommen. Okay. Wir können jetzt also unser Aussehen ändern. Achso. Also wir können jetzt einfach unseren Ton verändern. So. Dann. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Was für eine Frisur will ich denn nehmen? Oh, ist das ein Fukuhila hier? Das ist ein Fukuhila. Will ich so aussehen? Nein, ich glaube, ich will so nicht aussehen. Sonst werde ich nur wieder von euch gehauen. Wie wollen wir denn aussehen? Hey. Dude. Ja, eher schon braune Haare. Meine echten Haare sind ja auch eher so ein bisschen braun. Aber in echtem habe ich... Gott. Kurz locken, ey. Ja, nee, komm. Wir nehmen mal hier so einen verwegenen Typen, ey. So, gehen wir mal hier zurück. Also ausrüsten. Äh, nein! Wollte ich das hier? Zurück. Was kann ich denn da noch hier nehmen? Klamotten. Haha. Ranger. Das ist eher so der Waldarbeit-Typ. Ähm, Trucker, würde ich sagen. Keine Ahnung. Wir haben bei der Straßenreinigung gearbeitet. Wir waren beim Militär. Wir waren bei einem anderen Militär. Übrigens Militär. Ähm. Militär in Freizeit. Fischer? Anderer Fischer? Wanderer? Äh, Hipster-Wanderer? Hey, das sieht cool aus. Das sieht einfach so völlig normal aus. Komm, wir nehmen das da. Die gelbe Klamotte würde auch überhaupt nicht auffallen im Wald. Bei der bunten Umgebung. Äh, was? Eine Mütze? Hm. Diese Brille geht gar nicht. Nee, wir lassen es sein. Wir nehmen keine Brille in der Hinsicht. Was ist das hier noch? Boah. So ein richtig dicker Backenbart. Das geht gar nicht. Entschuldigung. Das ist so 70er Jahre, ey. Das ist so typisch amerikanisch. Das bin eher ich so. So vom Bart her. Manchmal bin ich auch das, aber tendenziell bin ich eher das. Äh, nee mal das da. Finde ich eigentlich ganz gut. Äh, zurück. Äh, Handschuhe. Ja, so richtig lächerlich gelbe Handschuhe noch passend zu unserem Oberteil. Finde ich eigentlich ganz cool. Und jetzt noch die Hose. Mit so Kellen-Gummistiefeln. Entschuldigung. Das sind wir. Wir sind Captain Yellow. Da kann man sich noch einen Mantel holen. Aber nein, das würde jetzt irgendwie die Sache, glaube ich, sprengen. Ja, also so können wir aussehen. Damit kann ich leben. So, wir sind Captain Yellow. Mein Name ist Kim. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment ist das nur du. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Ja. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeige dir mal, wie alles hier funktioniert. Finde ich gut. Tja, hättet ihr uns gleich geholfen. Klingt vernünftig. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Mhm. Darf ich jetzt reden? Anscheinend. Tja, wenn ihr uns gleich bei diesem Zug und Glück da geholfen hättet, in Anführungszeichen Zug und Glück, dann wären wir vielleicht aus der Nummer schon raus. Alles lebt. Was? Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen aus dem Posten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Ihr braucht Alkohol? Wollt ihr besaufen? Hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bringen sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht stehende, um dir auch zu helfen. Na gut. Ja, ich weiß. Hi. Ach, jetzt darf ich raus. Wie cool ist das denn? Ja, dann. Gibt es jetzt hier irgendwie Quests oder sowas? Nächste Stufe, Einrichtungen können auf Stufe 2 verbessert werden. Voraussetzungen für Verbesserungen. Thomas Rush, noch zwei Spezialisten retten und noch drei Ausstattungsverbesserungen. Okay. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das machen können. Also gut, das ist jetzt einfach hier quasi unsere To-Do-Liste, so wie es aussieht. Schön, dass du es geschafft hast. Dankeschön, völlig fremder Typ mit Brille. Ja, Freedom und so. Übrigens, so eine kleine Info noch für alle, die das Spiel vielleicht streamen wollen. Ich wollte gerade eben euch das noch zeigen. Hätte ich eigentlich schon in der ersten Folge machen können. Was ziemlich cool ist, ist, man kann ja tatsächlich einen Streamer-Modus anmachen. Dann wird in dem ganzen Spiel kein einziges Lied des lizenzpflichtig im Hintergrund abgespielt. Also finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Nur mal so nebenbei. So, ich brauche 100 Ethanol. Momentan kann ich mir ein Fahrzeug organisieren oder herstellen. Oh, das Ding sieht ja so richtig brauchbar aus. Ich brauche 88 von diesen komischen Schrauben mit Springfeder. Oder ich mache das, dann brauche ich 78. Das braucht weniger als das. Hä? Okay. Das Auto braucht auch 78? Das Auto braucht 91? Oh Gott. Na, Kleiner, was machst du den ganzen Tag? Trecker fahren! Er ist ein bisschen widerstandsfähig. Aber nicht so schnell. Okay, Boot, Boot, Boot. Oh, 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 oh. Oh, was ist es da nicht alles gibt. Eine Heli-Schrauber! Okay, sowohl dazu. Spezialmunition, Beute eintauschen kann ich. Wolfshaut gegen je 30 Titanen tauschen. Dann tauschen wir mal. Ich habe Titanen bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit einem solchen Titanen anfangen soll. Das ist wahrscheinlich die Währung hier. Kampfforräte. Ich habe auf jeden Fall noch ein First Aid Kit. Wurfmesser kann ich aus Kupfer herstellen, so wie es aussieht. Rauchgranate, Molotow Cocktail, Dynamit, Sprengstoff Labor, Fernzünder, sogar Stufe 2, Stufe 3. Hier kann ich verschiedene Munitionsarten herstellen. Das ist einfach nur Metall oder das ist Kupfer. Wahrscheinlich ist das einfach Kupfer. Es ist Maschinen, Munition, Schrot, Munition, Gewehr, Munition, Kaliber 50, Ach, hier oben steht schon im MP, Schrot, Gewehr, Kaliber 50, leichte Maschinengewehr Munition, Raketenwerfer Munition, 40 mm Granatwerfer, Pfeile, Brennstoff und Fägeblatt Munition. Das ist immer voll. Insgesamt sind wir da überall gerade eben ziemlich voll. Herstellungsmaterialienpakete. Was ist denn das? Kleines Herstellungspaket? Dieses Titan ist nicht nur eine Ingame-Währung, sondern kann es sein, dass es auch eine Outgame-Währung ist? Also, ich weiß gar nicht, kann man da irgendwie Ingame- Wir werden es sehen. Far Cry Credits. Ja, es ist eine Outgame-Währung. Ja, also ich persönlich bin ja jetzt nicht so Fan davon, bei einem Vollpreistitel, sowas machen. Ja, genau, empfohlen auf jeden Fall. Ihr müsst selber wissen, ob ihr das macht. Ich persönlich halte davon relativ wenig. Das Ding ist ein Vollpreistitel im Grunde. Damit sollte es eigentlich bezahlt sein. Egal. Trainingscamp. Da wird ja viel trainiert. Wir müssen uns noch kurz umschauen. Können wir da raus? Wir könnten da raus. Aber ich will das gerade eben noch nicht. Ich möchte erst mal hier die Gegend mir nochmal anschauen. Mhm. Ach, da würde ich dann rauskommen. Boah, das ist eher so ein Halbraus, oder? Mhm, mhm, Muss ich jetzt eigentlich? Also, sie kommt auf jeden Fall mit. Sie diskutiert da nicht lange. Sie kommt auf jeden Fall mit. Na gut, wenn sie will. Ist ja ihr Leben, was sie wegwirft. Kann ich da rein? Nein. Lass mal, wie ich hier diesen ganzen Klapparatatsch einsammle, ne? Oh, was ist denn das? Ich hab Federn bekommen für ein Fahrzeug. Wir sind aber große Federn. Nochmal 11 Federn. Hat Federn aber nachher gut. Ich dachte, das wäre so kleine handliche Federn. Das ist auf einmal so richtige Oberschenkel. Oh, schießt. Das ist ja unglaublich. Ich liebe meine Familie, aber manchmal mache ich einfach Abstand von Ihnen. Deswegen gehst du ständig raus. da hat es nochmal welche. Nochmal 11 Federn. Schwarzpulver. Leichte Maschinengewehr-Munition, die allerdings voll ist. Also, um Loot brauchen wir uns wahrscheinlich hier tendenziell keine Sorgen machen. Das sieht so aus, als ob man hier... Ah, den muss ich erstmal bauen oder so. Aber man sieht hier quasi schon so, dass jemand schon mal angefangen hat, an ihm rumzuschrauben. Expeditionen ermöglicht schnell Reisen nach Prosperity. Braucht allerdings auch Ethanol. Also gut, hier funktioniert alles, was irgendwie funktionieren soll mit Ethanol. Benzin hat man aufgegeben. Diesel allein der Umwelt zuliebe. Ahaha. Zack. Was ist das hier Schönes? Sprengstofflabor. Schaltet Sprengstoffherstellung frei. Okay. War da nicht noch irgendwas, was ich looten kann? Ich hätte gerne noch so ein paar Federn. Dann kann ich mir gleich ein Motorrad oder so bauen. Das wäre doch eigentlich ganz praktisch. Was ist das hier? Krankenstation. Brauchen wir auch Ethanol. Also am Anfang Ethanolisieren wir nicht so viel. Grace-Betrachtungen. Trotz allem lief das Leben eigentlich ganz gut. Ich konnte die Rise beschützen, während sie Leute zusammengebracht haben, um Prosperity aufzubauen. Da war zwar dieser komische Störenfried, aber nichts, womit ich nicht klar gekommen wäre. Aber dann wurden meine Augen schlechter. Als die Highwaymen auftauchten, hatte ich schon ganz schön nachgelassen. Ein Schuss, ein Treffer, das war nicht mehr drin. Aus Kämpfen kam ich kaum noch unversehrt raus. Ich musste improvisieren, Materialien sammeln, um bessere Waffen zu bauen. Das ist die Überlebensstrategie hier draußen. Wenn es Hard of Hard kommt, bringen die Harten bessere Waffen in den Garten. Alles klar. Kann ich eigentlich jetzt hier schon... Also mehr Waffen kann ich anscheinend noch gar nicht bauen. Das ist die Werkbank. Brauche ich auch 150 Ethanol. Warum brauche ich alles Ethanol? Wahrscheinlich muss ich es einfach nur reinigen und desinfizieren oder sowas in der Erde. Oder abfackeln. Desinfizieren durch abfackeln. Ist ja auch alles meistens Metall, ne? Einfach anzünden. Das sind die Schießübungen hier. Gott, ich muss euch so viel beibringen. Das ist ja extrem fürchterlich hier gerade eben. Okay, schauen wir uns mal um. Oh, da hinten leuchtet noch was. Ah, noch ein paar Panzer-Tapes. Sehr gut. Bala. Ja, das ist schön, ne? Carmina ist zurück. Ich möchte ja hoch. Aufwand, mit der kann ich reden. Die Highwaymen werben Leute an und hetzen sie gegen ihre ehemaligen Freunde auf. Toll. Das ist, glaube ich, keine allzu brisante Information. Das ist, glaube ich, hier so Status quo. Hm. Und du so? Wir haben nicht die nötige Hilfe von außerhalb des Tals gekriegt. Kim hat das Leben ihrer Tochter umsonst aufs Spiel gesetzt. Wenn das deine Meinung ist, respektiere ich sie. Hm, 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 hm. Auch wenn ich sie nicht unbedingt teile. Was sind das hier? Ähm. Anscheinend nicht allzu wichtig ist. Ich gucke mich gerade immer noch mal um. Laufe wir das Ganze noch mal schnell ab und dann gehen wir auch nach draußen. Wobei das... Frühstücks wohl Glücksklee, dass du den Unfall überstanden hast. Und du bist wohl der König der tollen Sprüche hier, oder was? Eieieieieiei, die Leute hier. Oh, kann ich nicht plündern? Ist voll. Das kann ich auch plündern. Ein Zahnräder, elf Zahnräder. Was man nicht alles findet hier. Du hast wohl neun Leben, was? Nee, eigentlich nur eins, aber danke der Nachfrage. So, kommt sie jetzt eigentlich da runter, die Kamina? Ich denke, ich möchte jetzt hier mal raus. Öffne das Tor. Garage und das Boothaus. Ist das hier? Aha. Ich kann also hier auch noch mal... Also, wenn ich gar nicht erst in die Bude rein will, kann ich an dieser Station auch noch irgendwelche Aktionen durchführen. Hallöchen, Kamina. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Ist da vorne ein Auto? Ist das ein Auto? Nein, es ist nicht. Das ist scheiße. Das ist einfach nur... Ich müsste ja eins herstellen, aber ich habe nur 32 von den Teilen. Also wir müssen... Doch, es gibt ein Auto. Das Leben ist toll. Lass Steuerung anzeigen. Handbremse. Schießen. Dose werfen. Wichtig, ne? Gleich an dritter Stelle. Fahrhilfe. Upe. Ausrüstung... Ausgerüstetes Wurfgeschoss einsetzen. Ähm, Fahrhilfe. Okay. Wir fahren jetzt mit Fahrhilfe. Ich weiß gar nicht so genau, wohin. Wahrscheinlich zur nächsten Quest. Das werden wir dann rausfinden. In der nächsten Folge, liebe Leute. Macht's gut. Bis dahin. Schöne Zeit, ne? Lasst einen Daumen oben da. Tschüss und ade.